Veganer Schokokuchen Für dieses Rezept brauchst du folgende Zutaten. 200 Gramm Mehl 200 Gramm Zucker 50 Gramm Kakaopulver 1 Teelöffel Backpulver 1 Viertel eines Teelöffels Salz 200 Milliliter Wasser 100 Milliliter Pflanzenöl 1 Esslöffel Apfelessig 1 Teelöffel Vanilleextrakt So gehst du vor. Heize den Backofen auf 180 Grad Celsius vor und fette eine Kuchenform ein. In einer großen Schüssel vermische das Mehl, den Zucker, das Kakaopulver, das Backpulver und das Salz. In einer kleinen Schüssel vermische das Wasser, das Öl, den Essig und den Vanilleextrakt. Rieße die flüssige Mischung in die trockene Mischung und rühre alles gut um, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Fülle den Teig in die Kuchenform und backe ihn für 25 bis 30 Minuten oder bis ein Zahnstocher sauber herauskommt. Lasse den Kuchen etwas abkühlen, bevor du ihn aus der Form stürzt. Genieße deinen veganen Schokokuchen. Dieses Rezept ist einfach lecker und tierfreundlich. Du kannst es nach Belieben mit Puderzucker, Schokoglasur oder Früchten dekorieren. Guten Appetit!